Abdull, wir können auf keinen Fall nach Hause gehen. Wieso? Was ist los? Bei uns ist gerade sauviel Besuch. Wieso? Wer ist alles da? Weil Onkels drei Tanten und 14 Kinder. Ich habe alles schon vorbereitet. Wir schlafen heute die ganze Nacht im Auto. Steig einfach ein! Steig ein! Gute Nacht, Nef. Gute Nacht, Abdull. Könnt ihr da hinten bitte leise sein? Junge, voll ungemütlich hier. Wann bist du hier im Auto? Besuch ist vor drei Stunden gekommen, oder? Ja. Seit gestern. Abdull? Ja? Kannst du bitte deine Hand vor meinen Arsch wegmachen? Das ist nicht meine Hand. Du, jetzt war ich... Okay.